Der andere steht nur rum und ist dann der gefeierte Bösewicht-Held. Was soll denn der Scheiß? So, ich hab was Rotes. Ich bin schon mal halbwegs glücklich. Nein, das macht weniger Schaden, aber nö. Es ist rot. Hallo? Kannst du anziehen. Es ist rot. Ist mit Sicherheit besser als dein jetziges Item. Ja, Verteidigungswerte wird extrem nach oben gepusht, aber die machen eh schon keinen Schaden. Fast. Nö, brauch ich nicht. Wird verklopft. Achso, da ist ja mein, mein besserer Ring. Äh, okay. Ähm. Brauch eine Verteidigung, ich muss hier angreifen. Was soll denn das? Wo ist denn da jetzt? Ach, da ist die Kiste. Dann mach ich den Eindring mal in die Kiste, weil der war tatsächlich ganz gut. Boah, wo ist denn der jetzt? Ach, da unten. So, was machen denn meine Sachen? Gesundheitsregulation wird verringert, aber je nach dieser Regeneration auch der erlittene Schaden. Gesundheitsregulation minus 50 Prozent, erlittene Schaden minus 0,6 Prozent. Was ist denn das, bitteschön, für ne... Aha. Oh, ich hab ein Set-Item. Champion von Kazak Akul. Jetzt geht's wieder los. Nein. Was geht denn los? Äh, warte mal, welcher Ring ist das? Hä, wie waren das jetzt nochmal? Umschalttaste? Ah. Alt. Alt? Alt. Ah. Aber woher weiß ich denn jetzt, welchen Wert er von welchem Ring nimmt? Äh, der normale ist der Ringe-Ring und der Alt-Ring ist quasi der rechte Ring. So müsste das sein. Dann hat der Ring jetzt verloren. Okay. Ähm, ja gut, ich lagere mal den roten Gegenstand, den ich wahrscheinlich nie wieder benutzen werde. Mal in die Kiste. So. Einmal verkaufen, bitte. Äh, äh, nein, Entschuldigung. Verschenken. So, haben wir irgendwas Tolles an neuen Zauber? Äh, mh, sieht nur so aus, glaub ich. Oh, doch. Jetzt ist es wieder ein Feuer, Herr Phoenix. Äh, warte mal. Oh, 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 ah, das ist ja lustig. Ich hab doch gewitzelt, ich war da auf meinen lila, äh, auf meinen lindernen Strahl. Mhm. Ja. Der ist lila. Der letzte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, was hab ich denn da gerade bekommen? Ich hab da gerade was bekommen. Achso, das ist ein Passiv. Ach, das geht gar nicht. Ich hab da jetzt irgend so'n Buff. Keine Ahnung, ob der jetzt viel bringt, aber mal gucken. Ähm, was hab ich denn da noch? Was? Was? Was ist hier? Alter! Jetzt hab ich nur zugeschaut, aber wow, schöne Wand. Schöne Kochnische. Ja, warte. Pass auf. Hui. Ach nee, falscher Knopf. Das wollte ich nicht. Und lila. Kurzer Strahl, was ist denn da los? Das ist ja normal lang. Also länger war der noch nie. Das weißt du doch nicht. Doch. Du hast ihn doch mir schon so oft gezeigt. Ja, vielleicht ein bisschen. So, ähm, ja. Ist die Frage, wie viel kommt denn da jetzt noch? Ach, come on, ey. Ach, doch. Hä? Warte mal, ich hab ihn zumindest mal angeklickt. Ach, warte mal, geht es? but her arrogance may yet be her undoing. I like the sound of that. Go on. Wenn sie dich auf dem Tempel hat, hast du sie gewöhnt, bevor sie wegzunehmen. Baaah, ich habe kaum nektar. Alle Wundungen blühen, Dwarf. Ein paar kleine Drogen waren alles, was ich brauchte. Using die richtigen Rituals, konnte ich den Harbinger nach ihrem Lair. Na gut, was wir warten? Los geht's! Es ist nicht so einfach wie das. Oh yeah, wir dürfen, wir dürfen, es reicht das Chaos. Uh! Wenn ich bereit bin, was vorliegt. Wie sollst du. Wenn du bereit bist, steig mich in die Null. Ich will zu den Chaos ebnen. Ja, wir müssen aber erst in die Null. Ich will nicht zu Null, was? Ich will nicht zu Null, da ist Null. Siehste, wir sind aus der Stadt rausgekommen und wir gehen wieder zurück in die Stadt. Ich will in die Chaos Ebene. So, na dann, reden wir doch mal mit ihm. Es ist gut, dass du hier bist, Junge Prinz. Ich habe gesehen, Magnus, und die Wahrheit ist grün. Seine Kraft ist zu verlieren. Wir müssen jetzt arbeiten, oder alles ist verloren. Ich bin bereit, Highlor Master. Sag mir, was muss gemacht werden. Die Harbingers Lair ist in einer Fortress von Tzinc. Sie liegt in einer Region des Raum des Chaoses, regiert durch die Veränderung der Wälder. Wie so, sie ist unter der Schutz von einem mächtigen Dämon-Prinz, dessen Kraft schlägt die Fortress vom Atacke. Die Dämon-Prinz in ihrem eigenen Raum ist keine einfache Aufgabe. Du musst ihn zuerst stärken, indem sie ihre Minionen und ihre Säden der Magie zu verletzen. Okay, wem darf man dann wieder essen bringen? Na, irgendein Chaos-Prinzen oder sowas? Ich muss den Namen herausfinden. Einer der Dämon-Prinzen-Lieutenanten, um ihren Namen zu verletzen. Schau es dann fertig. Wie soll ich diesen Dämon-Lieutenant finden? Schau nicht, junger Prinz. Als du genug Probleme hast, wird er dich finden. in der Annonce bei Kontaktaufnahme gemacht, weil so leicht findet er keine Frau. Und dann wissen wir auch den Namen. Was ist jetzt los? Ach so? Ich dachte, da begrüßt er mich. Bereicht ist Zinj. Witzigerweise. Ich kannte früher mal einen Spieler in WoW, der hieß tatsächlich Zinj und ich dachte, das wäre irgendwie so ein total ausgefallener Name. Und jetzt lerne ich, dass es eigentlich auch wieder nur so aus dem Warhammer-Universum ist. Selten sind Namen, die sich Leute geben. Ausgedacht. Was ist denn das hier? Ach, das ist nichts. Ich habe den Blutrush verloren verloren. Ich brauche kämpfen. Ähm, Gegner, ist euch eigentlich bewusst, dass ihr recht schnell fallt? Ich brauche kämpfen. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Ich habe sie gerade gehört. Ja. 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 Oh Gott, die hört sich ja wieder richtig gequält hat. Sag mal, wird die gerade hier in den Chaos-Gefielten gequält oder was? Sie wird ins Spiel reingezogen. Ich habe das CD-Laufwerk von meinem Rechner aufgemacht und dann, weißt schon, da ist auch absolutes Chaos. Was? Ich bin schockiert, du hast noch ein CD-Laufwerk. Und nur eins, was man per USB anschließen kann. Ah ja, okay. Ja, ich auch. Das ist erschreckend, ne? Ja. Das war früher... Was heißt früher? So lange ist es noch gar nicht her? War das zwingend nötig? Ja. Und jetzt geht kein Hahn mehr danach. Ja. 50-fach CD-Laufwerk. Und später kamen dann die 16-fach DVD-Laufwerke. Und lauter so Späße. Mhm. Und mit dem Brenner war der King. Ja, und dann... Ja, und dann musste es unbedingt Blackstores sein, weil das waren die besten. Ja, stimmt. Ich hatte auch einen Blackstore-Brenner früher mal. Ja, weil da konnte man Sicherheitskopien viel besser machen. Ja. Richtig. Also, die Sicherheitskopien von den Videotheken. Videotheken? Okay. Äh, was ist denn hier los? Also, wenn das das Chaos ist, naja. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, das Chaos ist gefährlicher. Naja, mach ich halt mal den Zauber, damit ich ihn mal gemacht hab, aber... Brauchen du ihn nicht? Ja, genau. Lauf da durch, du Vollhunk. Also, keine Sorge für die Zuschauer, die vielleicht zum allerersten Mal einschalten. Der Katze geht's gut. Ich kann's immer wieder nur wiederholen. Ihr ist gelegentlich nur ein bisschen langweilig, wenn ich spiele. Dann meint sie auch, sie muss ein bisschen spielen. Holt sich ihre Spielzeugmaus und rennt damit einfach in der Wohnung rum. Und das hört sich dann halt so an. Das ist halt leider so. Ja, das stimmt. Das müssen wir immer und immer wieder wiederholen, ne? Das ist, ähm... Ja. Das ist eine sehr gesprächige Katze. Also... Ich glaub, sowas hab ich vorher in meinem Leben auch noch nie gesehen. Nein, also... Also, ich hör sie auch sehr häufig. Aber vor allem, sie hat ja immer das Timing, genau wenn wir dann aufnehmen wollen, dann fängt sie auf einmal an. Wir labern, 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 dann sag mal guck, wir nehmen jetzt auf und dann steht sie da. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, echt ein richtig gutes, ähm... Schnüffelchen dafür. Äh, ich krieg nichts rotes mehr. Ich bin enttäuscht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir schaffen die Ebene nie ohne roten, äh, Items. Ja, ich glaub, wir sollten erstmal noch einen halben Tag farmen, oder was meinst du? Ja, sicher ist sicher. Wenn wir nochmal alles nochmal durchziehen. Ja, genau. Wir fangen nochmal von vorne an. Holen noch ein paar gute Items und dann... Irgendwann... Irgendwann, wenn wir groß sind, dann... Dann können wir hier wieder antanzen. Wir sollten aber dann mal auf schwer... Auf sehr schwer... Achso, ja, Moment, da war ja was. Stufe 0! Hä? Ich hab Stufe 0 erreicht. Ja, ich hab Stufe 0 erreicht. Ja, ich hab Stufe 0 erreicht. Legende 0. Legend 0. Ja, heiliger... Sankt Michaeler, jetzt geht's los. Oh, ich hab da was gefunden. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Was? Ich seh dich nicht, aber ich hoffe, du bist auch gleich wieder da. Ich weiß nicht, wo du jetzt hingegangen willst. Ich bin nach vorne gelaufen und hab erst was getriggert. Oh. Na dann... Äh, was? Wie jetzt? Hä? Und jetzt? Also... Wenn das jetzt schon der Endkampf ist... Ah, ne, guck mal. Hä? Da ist doch der Endkampf. Wer ist denn der BV-Core? Keine Ahnung, ein totes Ding. Ach, komm, Mann. Was ist denn? Was ist das? Was leuchtet? Achso, das ist dein Ding. Das ist dein Ding. Schön, dass du das wieder gefunden hast. So, äh... Was sind denn das für... Kleine Teilchen hier? Ha, 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 ha. Stufe 1. Ja. Ja. Ich wachse. Wow. Ja. Geht das jetzt die ganze Zeit wieder von vorne los? Das heißt, wenn man jetzt Legende 50 ist, dann ist man wahrscheinlich Superlegende und hat dann gelbe Haare oder sowas. Äh, Legende Deluxe. Achso, da geht's ja auch weiter. Na, das ist super, der Strahl. Ich steh drauf. Einfach nur ins Nichts. Was ist denn hier los? Jetzt geh mal kaputt hier. Stehen wir nicht hier so einen Weg rum? Uh, da ist er da. Oh, nächste Stufe. Na, was ist denn jetzt los? Gibt's da eigentlich irgendeine Belohnung für, dass wir jetzt Legenden sind? Oder ist es einfach nur, dass da steht Legende, ist jetzt schon Belohnung dafür? Ich glaube, wir müssen uns jetzt irgendwie drauf aufgeilen und freuen. Wahnsinn. Äh, Moment, ich kann Meere strahlen jetzt, äh, strahle jetzt gleich, was? Moment. Moment. Moment mal. Bitte? Tatsache? Nein. Oh, Freunde. Oh, Freunde. Weißt du, was ihr jetzt habt? Ihr habt ein ganz mächtiges Problem. Nächste Stufe. Uh. Super. Huuu. Diese, durch, durch diese Höhenunterschiede macht mein Zauber einen Scheiß. Es muss ja auch irgendeinen Nachteil geben. Also ich meine, du kannst dann einfach nur den Weltzerstörer, jetzt lässt er mich nicht durch hier. Jetzt blockiert er schon den Weg. Warte mal, wieviel gehen denn? Drei. Okay. Was machst du hier? Bist du die Sonne, oder? Ja, es ist jetzt, ähm. Es ist 5 nach 12. Ja, richtig. Ah, achso, warte mal, hier unten geht's auch noch weiter. Ah, ich geh mal hier unten weiter. Ich geh mal hier unten weiter. Ja, im Prinzip können wir uns auch mal aufteilen. Ich denke, wir sehen uns eh gleich. Ich laufe in die Richtung. Aber das fühlt sich jetzt das erste Mal wie so ein Diablo-Level an, der halt nicht irgendwie nach zwei Minuten schon vorbei ist. Vor allem jetzt, wo ich ohne dich unterwegs bin, jetzt kriege ich ja gar nichts mehr tot. Oh, ich hab ne Kiste. Ich bin zur Kiste gelaufen. Ach, wer hätte das gedacht. Okay, ich komm wieder zu dir. Oh, Mann, ey. Ist das der? Der hat ne Schrifthaut übern Kopf? Was? Wir geben ihnen ein bisschen Respeit. Ich muss zurück zum Kampf. Ich seh nur ne Schneise von Verwüstung. Ja, ja. Ja. Ich hab auch ne Kiste gefunden. Ich hab den Blutrush verloren. Uh, da ist was rotes. Da ist was rotes. Ich hab den Eindruck, immer wenn ich den einen Zauber mache, steige ich automatisch im Level auf. Ja klar, weil du damit einfach ne Bildschirm leer machst. Ja, wahrscheinlich. Bildschirm leer, Levelbanken voll. Oh, 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 oh. Ach. So... Also der sagt mir jetzt nichts. Aber es können... Aber vom Aussehen her sagt der mir was. Es können... Der könnte auch in... Jaja... Der hat ein bisschen Fortbewegungsprobleme, zumindest bei mir grad eben. Ja, der könnte auch in Total War Warhammer mitmachen als Charakter. Bin mir aber nicht sicher. Mein Gott Ich dachte wir haben jetzt einen Boss oder so Aber will er nur dieses bescheuerte Kleingriff Zeug was innerhalb Von einer Millisekunde stirbt So Ich habe ja nur den falschen Knopf gedrückt Das tut mir leid Okay hoch links rechts Oh neue Handschuhe Hallo Ja keine Ahnung ich gehe es nochmal hier Na toll Stufe 6 Hä Achso Äh Was ist das denn Ein Auge Nichts besonderes Nichts besonderes Ich mein Muss aber sagen Eigentlich sieht das Level schon cool aus Ja Ja und ne optisch ist das Spiel ja eigentlich auch nicht schlecht Also Ich finde das Das ist eigentlich auch ganz schön gemacht Ich mein ich hatte ja am Anfang nur ein bisschen so So ein Problem Weil es halt ähm Sehr Ähm Ja Sehr sehr düster ist halt Gut Das gehört halt so Warhammer dazu Ja Aber Keine Ahnung So Stalingrad Setting Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht Stalingrad Setting Ich mein wenn die Level halt alles so aufgebaut werden Dass man halt wirklich mal so ne Viertelstunde am Stück schnetzeln kann Dann äh Wär das auch irgendwie Kurzweiliger Und nicht irgendwie so alle 5 Minuten Die Ausrufezeichen suchen muss im Lager Wenn sie mal da sind Wenn sie mal da sind Mein Gott Mein Gott Das Schlimme ist halt Die machen halt auch keinen Schaden Weil immer wenn ich nur rumstehe Heile ich mich halt ohne Ende Das ist total bescheuert Oh wir haben eine Kiste gefunden Ich will mich jetzt nicht beklagen Aber irgendwie Tun sie mir ja schon leid Wenn es jetzt nicht unbedingt so ein Endboss ist Oder 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 Levelboss Hab ich jetzt grad überhaupt keine Angst Ja Und der ist halt ein Ähm Okay der Zwerg stirbt Und dann stirbt der Boss im Strahl Das war vorhin schön Da macht er sein komischen Heilritual So schnell konnte er sich nicht heilen Wie er die Energie verloren hat Ach schön Das ist ja schon die nächste Kiste Die hätte ich jetzt fast übersehen In dem ganzen Bling Bling So ich mach mal kurz die Treppenabsicherung Oh ich glaub da war was rotes dabei Bin mir jetzt nicht sicher Muss ich mal kurz gucken Ja Tatsache Mein Ringy Ring Äh ne Äh Oh ich hab glaub ich was gefunden Komm bist du soweit Ich hab hier ein Ausrufezeichen Ich komme Ich komme Ups Oh Gott Jetzt hab ich so gleich wieder zugedrückt Das sieht nach Nach vielen Gegenden aus Das wird lustig Oh ja Komm geh mal weg Ich geh zum Endboss Endboss So wo wirst du denn? Hier unser kleiner Flitzebogen Ach da ich hab Wirst du das schon? Das ist er? Das ist er? Ähm Ne das war er Ähm Ne das war er Die arme Sau Ja ja Doch natürlich mal mal Hackfleisch draus Doch natürlich mal Hackfleisch draus Und du kommst zu sprechen Oder ich kommst zu kaufen Mein Maester ist Oxalop Der Desecrator Das ist mein Gift Und mein Kost Denn es wird sein Dein Ender Achso doch wir müssen ihn töten Ach na gut dann machen wir ihn halt tot Echt jetzt da? Wir müssen ihn töten Ja aber ich konnte ihn ja auch nicht töten Ja ich hab da dieses Zeichen gehabt zum Blitzel Dingsen machen Hä wo ist die Tür? Oben? Ach da ist das Portal auf dem Boden Achso Oh Gott Das hätte man ja ein bisschen offensichtlicher machen können Aber egal Oh Oh Ja 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 ich habe angefangen zu fühlen Das Schlimmste Stimm mir Was haben wir gelernt? Achso 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 So, ja jetzt ist aber gut hier, was kriege ich denn noch alles? Das ist richtig, alles schön in den Arsch geblasen, ja? In den Zwergenarsch hinein. Vielleicht kann ich jetzt den Schwierigkeitsgrad ändern. Nein. Dafür sind wir doch nicht Legende genug. Ja, wahrscheinlich müssen wir es einmal durchspielen. So. Ähm. Ja gut, dann würde ich das Zimmer ganz kurz mal Punkte verteilen wollen. Ja, ich gucke jetzt auch mal so hoch. Achso, ja super, ich habe ja gar keine verfügbaren Punkte. Aber kriege ich da gar keine mehr dazu. Hä? Ja, wahrscheinlich hast du schon alles, ne? Ach komm. Ich habe jetzt echt gedacht, man kann da mehr Sachen auf ein mehr auf höheres Level bringen. Das ist ja bescheiden. Hä? Na gut. Dann, ähm, spenden wir noch einmal was und dann... Ähm... Was sind ältesten Schriften? Ich habe jetzt gerade ältesten Schriften bekommen. Das ist schön für dich. Hm. Ist das, äh, ein Skill? Nö. Da ist auch nur so vieles nicht freigeschaltet. Ja gut. Wollen wir weiter? Äh, warte, ich muss noch kurz verschenken. Äh, wo ist denn der? Hä? Wo ist denn der Jogi? Ich sehe ihn. Da, den es nimm dir. Kann ich nicht anklicken. Ach da! Ach, der ist es. Dann nehme ich halt den. Also ich verkehfe auch das rote Zeug. Jetzt ist es, äh, das ist ja noch schwächer. So. Soll eigentlich so. Soll auch glücklich sein. Äh, jetzt muss ich wieder hochlatschen. Sag mal, kann der nicht einfach da stehen bleiben? Achso, achso. Bist du da schon rein? Ja, ja, ich warte auf dich. Schalalalalala. Ah, hallo. Na dann. Ich habe viel gelernt über unsere Wunschung, seit letztem wir gesprochen haben. Defeatung Aksarath wird kein leichter Aufgabe sein. Seine Kraft ist wirklich schrecklich. Erstens müssen wir mit den dämonischen Prinzen bewegen. Nachdem sie zerstört werden, werden wir ihre Welt aufzuhalten. Die erste Phase des Planes ist einfach. Dann töne dir alle, die sich um den Weg stellen. Ah, okay, ist abgemacht. Mach ich. Jetzt ändert sich das Spiel ja komplett. Ja. Vor allem schön war auch der Spruch. Seit unserem letzten Gespräch habe ich, äh, habe ich einiges rausgefunden. Das war vor einer Minute. Das Chaos hat angerufen, ja. Hat gesagt hier, hey, ich bin da versteckt, kommt's her, wenn's was wollt. Ja. Chaos vorhin. Ja, Chaos vorhin. Wählen Sie 5, 5, 5, 5, 3, 6, 7, Chaos. Dort werden Sie geholfen. Äh, Ihnen geholfen, so rum. Das geht schon los. Schon völlig blem, blem hier. Da gab's noch mal so eine Werbe-Ikone, die hat auch so gesprochen. Ja. Das war jetzt nicht geholfen. Du meinst die Frau Feldbusch oder was? Pot heißt die bitteschön heutzutage, oder? Ach, bei mir heißt sie noch Feldbusch. Ist mir egal. Genau. Das war auch die mit nem Blub. Ich muss kämpfen. Ah, kannst du mal unsere Zibel holen, ich hab's vergessen. Die Sentinels töten? Ach ja, okay, alles töten. Ja, und der Mob rennt uns nur hinterher und stirbt uns dabei schon. Das ist einfach nur unsere Aura, die das Zeug hier alles umbringt. Ja, und sonst so? Schönes Wetter heute. Das ist echt erschreckend, ey. Ah, du lässt die Kiste stehen da oben? Was ist denn mit dir los? Bist du krank? Die waren noch nicht in meinem Fokus. Ich muss erst mal die Gegner wegmachen, die sind alle sehr gefährlich. Du solltest ganz dringend mal dich ausruhen. Es tut mir leid. Irgendwas, das mit dir nicht in Ordnung hat. Aber da ist nur Schrott drin. Egal, es geht ja nur um die Kiste. Es geht nur um die Kiste, nicht um den Inhalt. Da ist ja nicht mal mehr was Oranges drin. Ich weiß doch, welche Freude es dich bereitet, dir bereitet. Aha. Und das Schloss knackst, was an der Kiste hängt. Wenn er wieder mit seinem großen Dietrich-Section da anrückt. Okay, ich hab einen Zauberbug. Wie, du machst Schaden? Nee, der war auf einmal wieder weg. Meine Feuerwand. Ach so? Komisches Ding. Denn der Feuerwand hat auch Gefühle. Oder hat ein Gewissen entdeckt und hat sich gedacht, nee, heute reicht's. Oder? Ich hab sie gleich in die Wand gefahren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder? Gleich kloppt so ein Menü auf. So nach dem Motto, du hast den Zauber heute schon fünfmal benutzt. Wenn du ihn weiter benutzen willst, dann überweis uns doch mal bitte 4,99 Euro. Ich brauche zu kämpfen. Ich habe den Blutlust verloren. Ich brauche zu kämpfen. Ich brauche zu kämpfen. Ich brauche zu kämpfen. Ja, es geht halt nicht so schnell. Ich habe halt keine Taschenlampe. Oh, da ist mir aber was Oranges. Was willst du? So. Hä, weg, Beeman, Feigling. Das ist immer, wenn ich mit dem Kreis drehe, dann fange ich das Lachen an. Aber dazu müsste ich mal mehr Energie haben, damit es auch ein bisschen länger geht. Irgendwie komme ich gerade nicht so wirklich zur Energie, weil, naja, die Feinde haben wir mit dem Leben schon abgeschlossen. Meistens. Da guck, ich kann nur draufhauen mit der normalen Axt. Ich kann ja mal irgendeine Aktionstaste drücken. Oh, was willst du denn? Na? Ey, bleib doch mal gar. Findet Nemo? Ja. Der wird seine Mutter nie wiederfinden. Und sein Vater. Doch, nee, ey, da ist ja nix. Irgendwie benutzt so ein Tuck drauf. Oh, das ist weg. Mein Gott. Reiten. Episches Level. Es ist so lachhaft. Der Gegner steht da und schmilzt vor meinen Augen dahin. Ja, vor allem, wenn in den Abgrund reingeschleudert wird dann. Ach, schön. So fühlt sich Eis bei 40 Grad im Schatten. Ja, du hast es ja unbedingt gewollt, dass der Zauberer mal eskaliert. Ich hab das ja nicht so gemeint. Hättest du ja auch ein bisschen am Rahmen, am Riemen reißen können. Naja, sagen wir es mal so, wenn ich alleine das Spiel spielen würde, könnte ich es nicht so machen. Dann müsste ich schon ein bisschen auf Verteidigung achten. Wieso? Du hast doch eine Wand. Wand ist doch Verteidigung. Ja, wie, das war es jetzt? Wie, was, was? Nach Nullen zurück? Ach, komm. Wir sind wieder nach Null. Ach. Ja, wo ist das Tor? Ach Gott, das ist ganz da hinten. Na dann. Ich geh dann mal. Keine Arbeit. Sag mal, was willst du denn? Das ist ein Fanboy. Ich möchte ein Autogramm. Hat er gekriegt. Ich brauche den Krieg. Auf Wiedersehen. Brandherde in der Hülle. Da bauen die Tor hin und davor liegt ein Portal. Was ist denn das für eine Sinnhaftigkeit? Dämonen. Was sind denn das für Eier? Äh, ich will schon mal aus. Ja, ja, passt schon. War nur ein bisschen Kohle. Ach so. Ja, dann laufen wir wohl wieder hoch, ne? Ja. Ich finde, die könnten hier mal eine Rolltruppe hinbauen. Ich meine, das ist doch bestimmt ein Magierdurm. Magierdurm, können wir nicht einfach hochbeamen? Ja, da werden wir hin. Ach komm. Oh nein. Da fehlt, nein. Ich kann auch nicht anklicken. Oh nein. Möchtest du wieder?